Was sind die wesentlichen Gedanken, die man mit Clausewitz verbinden sollte? Das Wesentliche bei Clausewitz ist, dass er erstens sehr eindeutig den Krieg als eine Fortsetzung des politischen Wollens mit anderen Mitteln darstellt und damit den Krieg einordnet in politisches Geschehen. Und dass er dann das kriegerische Geschehen einteilt in taktisch und strategisch, was wir vorhin ja angesprochen haben. Ich bin, wenngleich ich sagen muss, ich bin mit der Definition, die Clausewitz für die Strategie aus damaliger Sicht gewählt hat, nicht ganz einverstanden. Das ist mir etwas zu einfach, zu schlicht. Denn er definiert Strategie als, wenn ich das Recht erinnere, als die Summe der Gefechte zum Erreichen des politischen Ziels. Und wenn ich Strategie heute definieren wollte, dann würde ich doch auf das zurückgreifen, was ich damals 2010 an der Führungsakademie gesagt habe. Und das darf ich vielleicht mal kurz vorlesen. Strategie ist die geplante, zielgerechte Bereitstellung und koordinierte Anwendung aller politischen, diplomatischen, wirtschaftlichen, technologischen und wissenschaftlichen Kräfte eines Staates oder eines Bündnisses und der diesen Vorgaben entsprechende Einsatz seiner Sicherheitsorgane, also nicht Streitsicherheitsorgane, zur Durchsetzung seiner politischen Ziele in Frieden, Krise und Krieg. Und wenn Sie sich diese Definition vor Augen halten, einen Moment lang, und sich jetzt mal fragen, Hat es in Deutschland in den letzten 20 Jahren strategisches Denken gegeben, ist die Antwort nein. Und wer diese Definition im Kopf hat, der kann zum Beispiel nicht begreifen, dass wir ein Jahr nach der Invasion der Krim einem Projekt wie Nord Stream 2 zugestimmt haben. Das ist die Dokumentation der Abwesenheit jeglichen strategischen Denkens in Deutschland. Aber in Brustland gab es ja wohl so ein strategisches Denken. Ja, das muss man neidvoll... Vom dortigen Generalinspekteur... Ob das der Generalinspekteur war oder ob das der Genosse Putin war, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist eindeutig, und das seit 2001 herlang, was Putin vorhat. Er hat 2001 in seiner Rede, die mit Standing Ovation im Deutschen Bundestag gefeiert wurde, gesagt, dass er im Grunde genommen eine Trennung Europas von Nordamerika erreichen will. Er hat ein Angebot gemacht an uns. Er hat ein Angebot gemacht, einer deutsch-russischen Verbindung, einer europäisch-russischen Verbindung mit dem Ziel, die USA aus Europa heraus zu drängen. Das ist Dividet Impera in strategische Kategorien übersetzt. Dass Deutsche dazu jubeln konnten, wissen, dass wir der einzige Staat der Welt sind, der abhängig ist vom nuklearen Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika. Weil wir auf den Besitz von Atomwaffen verzichtet haben. Völkerrechtlich verbindlich verzichtet haben. Wie man dazu jubeln kann, verstehe ich nicht, aber ich bin heute auch kein Abgeordneter.